Drei im Wecklen passt ja irgendwie überhaupt nicht zur Faschingszeit. Deswegen machen wir heute drei im Krapfen. Dazu nimmst du einfach einen Krapfen ohne Hiffenmark, ohne Topping, schneidest ihn auf, dann kommen drei beste Freibergers Nürnberger Bratwürste rein und dann müssen wir unser Hiffenmark natürlich irgendwie ersetzen. Was würde da besser passen als Ketchup? Ist ja sowieso immer die beste Wahl zu drei Nürnberger Bratwürsten. Kennst du?